Hier ist Tom von WeBlogged mit einigen neuen Cydia Tweaks für euer iPhone 5 oder auch für jedes beliebige andere iDevice. Ich konzentriere mich allerdings auf die iPhone nützlichen Tweaks heute und zwar beginnen wir direkt mal mit Shrink. Das könnt ihr natürlich auch auf dem iPad einsetzen, ist komplett iOS 6 kompatibel und wir können mit Shrink die ganzen einzelnen Größen der Icons definieren, die wir dann in iOS sehen. Mit den Page-Icons ist gemeint, dass wir hier die Größe von den regulären Icons auf unserem Springboard einstellen können. Die Dock-Icons werden separat gesteuert und haben hier nochmal ihre eigene Scale, die wir da einstellen können. Wir können die Ausrichtung von beiden Objekten anpassen. Wir können einmal nochmal separat einstellen, wie groß die Badges sind. Das sind die Ziffern, die festlegen, anzeigen wie viele Notifications oder wie viele Benachrichtigungen es da gibt oder neue interessante Gegenstände da aufgetaucht sind, wenn es ein RSS-Reader ist. Das können wir damit mit Batch-Scale separat nochmal in der Größe steuern. Dann haben wir Label-Scale, damit können wir einmal die Größe von unseren Labels definieren oder auch direkt verstecken. Wenn ich die jetzt rausnehme, seht ihr, ich habe nur noch meine Icons da drauf. Wenn ich zurückgehe und das Ganze auf Icon-Scale setze, dann holt er sich die Größe hier bei dieser Standardgröße, die jetzt auf 66% ist und dann skaliert er das Batch und das Label, also die Beschriftung und dieses rote kleine Nummern-Schild oben rechts skaliert er dann nach dem Icon in der Größe. Außerdem können wir festlegen, ob wir einen Schatten hinter den Icons haben möchten, ob die Icons gecached werden sollen. Dann verbraucht der Tweak ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, ist allerdings dann auch schneller und dann können wir natürlich die Dock-Icons in derselben Manier nochmal konfigurieren. Das mit den Reflektionen übernimmt er nicht so hundertprozentig. Da habe ich schon ein bisschen mit rumgetestet. Das ist aktuell wohl noch nicht ganz implementiert mit iOS 6 und ansonsten haben wir auch die Möglichkeit und die Icons in unserem Switcher, das ist der da unten, da können wir auch die Größe nochmal definieren. Die habe ich jetzt auf 100% gelassen, weil ich benutze Switchy. Switchy habt ihr vielleicht in unserem letzten Top CDR Tweak Video schon mal gesehen. Das ist eine sehr feine Sache, da habe ich dann zwei Reihen und das ist okay, also ich lasse das da auf 100% Größe. Ihr könnt das natürlich dann auch anpassen, wenn ihr möchtet oder da die Labels oder Badges ausblenden, wenn sie euch stören. Habt also eine Menge Anpassungsmöglichkeiten. Die Page Indicator, das sind die kleinen Punkte da unten und da könnt ihr festlegen, wie die Höhe von denen sich verhält. Das ist einfach nur aus Layout-Gründen so, weil ihr ja im Endeffekt, wenn ihr die Größe von den einzelnen Icons verändert, ihr ändert zwar nicht die Art und Weise, wie sie angeordnet sind auf dem Springboard, aber ihr ändert den Weißraum, also den Abstand zwischen den einzelnen Elementen auch dadurch. Und wenn ihr das verändert, kann es natürlich manchmal visuell von Vorteil sein, wenn man dann diese Seitenanzeige da unten ein bisschen verrückt nach oben oder unten. Das ist auch schon alles, was es bei Shrink zu sehen gibt, aber was ich gar nicht erwähnt habe, ihr könnt damit auch, wenn ihr aus irgendeinem bizarren Grund das wollt, könnt ihr die Icons damit auch groß machen. Habt ihr so eine andere Optik, da würde ich natürlich die Beschreibung und dann das Badge, das rote würde ich dann ausblenden. Aber ihr könnt natürlich auch in die andere Richtung gehen und die Icons größer machen. Vielleicht habt ihr Großmutter oder Großvater mit dem iPad und die beschweren sich, dass die Icons so klein sind. Damit könnt ihr das Problem natürlich lösen und ihr könnt sie auch bis zu 25 Prozent Größe reduzieren. Das ist schon ein bisschen extrem für meinen Geschmack. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand wirklich so haben will, aber ihr könnt es machen mit dem Tweak. Also da sind eurer Icon-Kreativität keine Grenzen gesetzt und ich benutze diesen Tweak vor allem. Vielleicht fragt ihr euch auch jetzt, warum zum Teufel will der überhaupt seine Icons kleiner machen? Ich möchte das, weil ich Iconoclasm benutze. Iconoclasm ist nochmal ein separater Tweak. Mit dem könnt ihr ein Layout einrichten, in dem eure Icons angeordnet sind, weil vielleicht ist euch aufgefallen, ich habe fünf, also von hier bis da habe ich fünf Icons und von oben nach unten kann ich sieben Icons bis nach unten hin anordnen. Das ist ziemlich cool, weil das erlaubt mir eben weniger Ordner zu gebrauchen und alles auf einen Blick zu haben. Die Icons sind für mich immer noch gut erkennbar und der Text ist sowieso gut lesbar für mich. Ich bin ja noch ein junger Bursch und kann den Text lesen. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit hier sogar pro Seite, also auf Seite 1 möchte ich dieses Layout haben, auf Seite 2 dieses und so weiter. Ihr habt dann also die Möglichkeiten verschiedene Gitter, in denen die Icons angeordnet werden, dort einzurichten. Änderungen am Gitter erfordern anders jetzt als bei Shrink, wenn wir die Größe verändern, müssen wir keinen Respring machen. Bei Iconoclasm bedeutet jede Änderung auch, dass wir einen Respring machen müssen. Extras ist das Layout, was wir hier beschrieben für Extensions benutzt wird, die das Iconoclasm API verwenden. Das bedeutet, Iconoclasm hat eine Schnittstelle, die andere Entwickler von Tweaks ansteuern können, beispielsweise Folder Enhancer. Und das ist der dritte Tweak, den ich euch heute zeigen möchte, weil, wie ihr seht, belegt hier der Ordner die komplette Fläche, anstatt so einen winzigen kleinen Platz da anzubieten. Und ich kann hier genauso viele Icons hinterlassen, wie ich auf meinem Hauptscreen hinterlassen habe. Und die Ordner gehen auch sehr, sehr schnell auf und zu. Das ist eine sehr, sehr angenehme Sache. Wir haben auch nochmal ein separates Einstellungs-Panel für Folder Enhancer. Und da können wir beispielsweise anzeigen lassen, den Namen von dem Ordner. Dem können wir auch eine Farbe geben. Wenn ihr dem eine Farbe geben wollt, dann müsst ihr erstmal hier die Sättigung hochdrehen und dann könnt ihr den Farbton verändern, gegebenenfalls die Sättigung anpassen. Alpha ist die Transparenz der Farbe. Das heißt, das wird dann durchsichtig. Ihr seht dann hier dieses Nadelstreifenmuster im Hintergrund, wenn ich das rüberziehe. 100% bedeutet, die Farbe ist komplett deckend. Und ja, da könnt ihr dann eben die Farbe des Textes dieses Ordnernamens anpassen. Dasselbe gilt auch für die Hintergrundfarbe. Die habe ich hier beispielsweise 57% transparent gemacht, beziehungsweise 57% opak und der Rest bis 100% ist dann transparent. Also 43% Transparenz haben wir hier auf diesen Ordnern. Das ist ziemlich cool. Also ihr könnt damit wirklich rumspielen und die Optik eurer Ordner anpassen. Ihr könnt sogar eine Bilddatei verwenden. Dann wird der standardmäßige Hintergrund der Ordner benutzt und das Ganze wird dann auch eingefärbt in der jeweiligen Farbe, die ihr gewählt habt. Also je nachdem, wie ihr das haben möchtet. Ich mag es gerne ohne. Ich finde das ganz cool, wenn das transparent ist. Ihr könnt einstellen, ob die Ecken rund sein sollen. Ihr könnt einstellen, welche Farbe der Rahmen von den Ordnern haben soll. Also das ist der Wahnsinn. Alleine was ihr hier bei Appearance schon einstellen könnt, betrifft ja schon fast alle Aspekte des Ordner-Daseins. Und ihr könnt auch noch das Behavior einstellen, sprich das Verhalten der jeweiligen Ordner, die von Folder Enhancer gepimpt wurden sozusagen. Und zwar könnt ihr auch sagen, ich möchte gern vertikal scrollen anstatt horizontal. Das heißt, ihr könnt dann auf und ab scrollen in dem Ordner. Und wenn eben mehr Icons in einem Ordner drin sind, ich habe jetzt gar nicht mal so viele Apps, dass ich das alles, ich müsste hier alles umpacken. Mach ich jetzt mal eben nicht. Aber ihr könnt es euch vorstellen, indem ihr dann einfach hier mehr Apps habt, die bis nach unten durchgehen und ihr könnt dann auf und abscrollen da drin. Das ist also sehr, sehr cool, weil diese horizontale Pagination, also Aufteilung in Seiten, ist nicht jedermanns Sache. Damit könnt ihr das ändern. Das ist also nice. Ihr könnt also auch umstellen, ob das Ganze bouncen soll, also eben hier diesen Sprungfehler-Effekt machen soll. Das vertikale Scrollen lassen wir jetzt mal an. Das finde ich gut. Und ansonsten könnt ihr auch sagen, dass die Ordner sich schließen sollen, sobald man die App da drin startet. Das ist auch ganz angenehm, weil standardmäßig bleiben die Ordner ja offen. Und man kann natürlich auch hier sagen, man kann die Animation ein bisschen weicher machen. Das ist gerade für die älteren Geräte interessant, die jetzt nicht so viel Hubraum haben wie das iPhone 5. Da macht das dann einen kleinen Unterschied. Außerdem könnt ihr die Icon Images cachen. Was heißt das? Er erzeugt quasi einen Zwischenspeicher, wo dann die Icon-Bilder drin liegen und dadurch öffnen und schließen sich die Ordner schneller. Es gibt experimentelle Funktionen. Da könnt ihr damit ein bisschen rumspielen. Da habt ihr auch noch mal dieses Page-Scrolling. Das könnt ihr dann eben deaktivieren. Und dann habt ihr dieses horizontale, unbegrenzte, stufenlose Scrollen in den Ordnern. Und der Page-Indicator, wie vorhin schon erwähnt, das ist eben hier unten dieses kleine, diese kleinen Punkte, die je nachdem aufleuchten, wenn man sich auf der jeweiligen Seite befindet. Die kann man damit auch deaktivieren und aktivieren. Lest ihr gerne abends noch ein paar Websites auf eurem iPhone oder iPad oder iPod, dann könnte Flux sehr sinnvoll für euch sein. Mit dieser Flux-Applikation könnt ihr, je nachdem wo ihr euch befindet, ihr müsst natürlich vorher die spezielle Flux-App dazu starten. Das ist die hier. Dann sagt ihr OK. Ihr dürft den Ort verwenden. Und wir schauen uns mal die Vorschau an. Was er da macht im Endeffekt ist, dass er die Farbtemperatur vom gesamten Bildschirm ins wärmliche hin verschiebt. Das heißt, den Weißpunkt verschiebt er dahin, dass wir eine wärmere Farbtemperatur haben, die im Endeffekt mehr der Beleuchtung abends entspricht. Und was das im Endeffekt macht ist, es hat weniger Auswirkungen auf euer Gehirn bzw. auf bestimmte Botenstoffe oder Hormone, die da ausgeschüttet werden. Ich bin jetzt kein Neurowissenschaftler, aber es gibt, glaube ich, das Schlafhormon. Ich meine, es heißt Melatonin, hängt. Aber auf jeden Fall wird davon weniger ausgeschüttet, wenn ihr eine wärmere Beleuchtung habt, die auch noch ein bisschen dezenter ist. Also wenn ihr gut schlafen wollt, dann macht es Sinn, sich das kostenlose Flux hier zu installieren und auch einfach soweit zu aktivieren. Es wird dann alles ein bisschen gelblicher, ein bisschen wärmer in der Farbe. Aber sobald man sich daran gewöhnt hat, ist das eigentlich sehr angenehm und die Augen sind schneller entspannt. Denn tagsüber haben wir aufgrund des Himmels und eben solchen atmosphärischen Bedingungen eher ein bläuliches Licht und abends traditionell eben wegen dem Kerzenlicht. Und ihr solltet natürlich auch so in eurer Bude warme Beleuchtung abends anhaben, damit man eben so langsam runter kommt und dann abends auch schlafen kann und der Körper nicht die ganze Zeit denkt, Alarm, Alarm, es ist Tag. Dafür ist Flux da. Das ist eine ziemlich coole Sache. Ich benutze das übrigens auch am Mac. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich hier oben keine Statusleiste aktuell habe. Das hängt mit Maximization zusammen. Das ist eine sehr, sehr, sehr coole kleine App, beziehungsweise ein kleiner Cydia Tweak, mit dem wir im Endeffekt alles auf dem iPhone 5 im Vollbildmodus starten können. Das heißt, wenn ich hier den Browser öffne, habe ich da oben nicht die Statusleiste mit der Uhr, sondern wenn ich von da oben runter wische, wird mir hier die Uhr angezeigt und der Batteriestand von 25% aktuell. Damit gewinne ich ein bisschen Platz auf dem Bildschirm und dadurch, dass man eben nicht permanent die Uhr sehen muss und den Akkustand, sondern auch auf Abruf einfach herholen kann. Ein bisschen wie bei Windows Phone 8 gewinnt ihr einfach eben oben diesen ganzen Platz da, der normalerweise ungefähr so viel wegnehmen würde. Den habt ihr dann zum Browsen und zum Lesen von Websites und dann könnt ihr beispielsweise bei uns natürlich auch wie blog.net ein paar schöne Artikel lesen und habt dann eben ein bisschen mehr Platz. Das gilt so ziemlich für alle Anwendungen. Ich kann hier auch YouTube starten, bin hier in unserem Kanal drin und habe dann eben oben ein bisschen mehr Platz und das ist schon eine ganz feine Sache. Das Ganze kann man natürlich pro Anwendung dann auch aktivieren oder deaktivieren. Womit es noch nicht so recht funktioniert, ist mit einigen Cydia-Anwendungen, also komplette Cydia-Apps. Die scheinen noch nicht integriert zu sein. Bei iFile zieht der Tweak noch nicht. Also es kann sein, dass iFile die Darstellung irgendwie auch anders durchführt. Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt beispielsweise auch in den App Store reingehe, sehe ich hier, wunderbar, wir sehen automatisch wird da oben die Leiste ausgeblendet. Ihr habt das beim ersten Mal, wenn ihr die jeweilige App öffnet, poppt das einmal noch so weg. Da dauert das ein bisschen, einen ganz, ganz kleinen Moment, bis das dann ausgeblendet wird. Aber sobald ihr dann einmal die App offen hattet, dann wird das auch gecached und hier zwischen dem Wechseln der Apps. Wir sehen hier, iFile wird zum Beispiel auch nicht davon beeinflusst. Also es scheint generell die Cydia-Geschichten auszunehmen. Aber die normalen Apps funktionieren damit und ihr gewinnt ein bisschen extra Platz. Und das ist doch schon eine feine Sache. Der Tweak nennt sich Maximization. Sehr empfehlenswert. Und der letzte Tweak, den ich euch heute zeigen möchte, der betrifft etwas, was auf Android schon sehr lange gang und gäbe ist und unter iOS ein bisschen vernachlässigt wurde. Das sind die sogenannten Widgets. Mit Widgets können wir Informationen anzeigen, ohne dass wir jetzt in eine spezielle App reingehen müssen. So ein bisschen wie bei IntelliScreen X auf dem Lockscreen. Nur, dass wir hier eben die Widgets auch innerhalb von unserem Springboard haben können. Aktuell ist es so, dass wenn ihr hier so ein Widget verschiebt und ich sperre das Ganze wieder, also es wird verschoben, wie man jetzt regulär eine App verschieben würde. Ihr haltet einfach eine der Apps oder das Widget gedrückt, dann fängt alles an zu wackeln und dann könnt ihr es auch schon verschieben. Aber es ist so, dass es gibt noch keine sozusagen eine Hitbox, würde man in der Spieleentwicklung sagen, für diese Widgets. Und deswegen bewegen sich die Icons da nicht weg. Das ist natürlich noch ein bisschen suboptimal, da Gridlock auch noch nicht so ganz funktioniert. Gridlock ist ein Tweak, bei dem man die Icons beliebig anordnen kann. Das ist also noch ein bisschen nachteilig, daher landen alle Widgets im Moment noch da unten. Allerdings habt ihr schon eine ganz gute Auswahl, gerade wenn euch solche Sachen interessieren wie Wetter. Und dann habt ihr verschiedene Uhren nochmal parat. Es gibt sogar ein kleines macOS-10-Fenster, das da emuliert wird, wo ihr dann hier auf die Uhr zugreifen könnt. Ihr könnt zurückgehen über diesen kleinen Button. Ihr könnt RSS-Feeds öffnen. Ich denke, die kann man sogar noch konfigurieren dann. Ihr habt dann die Möglichkeit, das sind JavaScript-Dateien und manchmal auch P-List-Dateien, also Property-List-Dateien. Die kann man dann anpassen, um dann eigene Dinge einzufügen, wie beispielsweise euren Städtecode für Yahoo-Wetter, der hier eben die korrekte Stadt dann heraussucht. Und ihr könnt, wenn ihr einfach eine leere Stelle auf dem Springboard gedrückt haltet, einfach ein Widget auswählen. Und je nach Widget habt ihr da verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt einfach nach iWidget bei Cydia suchen. Bei den ganz normalen Repositories findet ihr eine Menge verschiedene Widgets. Und ich nehme mal hier dieses LCD Interactive Widget. Ich ziehe das mal hier runter. Das hatte ich auch schon vorkonfiguriert. Und da sehen wir dann beispielsweise auch die Stadt und Temperatur. Hier ist ein anderer Wetterdienst im Spiel, der von wetter.com glaube ich. Deswegen haben wir hier auch ein bisschen andere Daten drauf. Und dieser Button hier kann betätigt werden. Dann schwingt das Ganze, ich glaube, mit JavaScript rüber und zeigt uns hier die Forecast an, also die Vorschau für das kommende Wetter. Und das ist ganz cool, also dass man die so anordnen kann auf dem Springboard. Ist sicherlich angenehm. Wer ein bisschen fit ist in HTML und JavaScript, kann sowas auch auseinanderbauen und sich ein eigenes Widget bauen. Die landen in VAR Mobile Library, so wie die meisten Cydia Dinge. Wenn wir hier reingucken, sehen wir hier beispielsweise auch NC Settings und so weiter. Gehen wir mal hier bei iWidgets rein. Und das sind alles meine, gerade installierten Widgets. Und wenn wir beispielsweise bei LCD Interactive Forecast reinschauen, dann haben wir hier die Options P-List. Die kann ich in iFile öffnen. iFile kriegt ihr übrigens auch bei Cydia. Gibt es auch eine Testversion davon. Ich kann nur empfehlen, diesen fantastischen, diese fantastische Cydia App zu kaufen, weil ihr könnt mit iFile so viel machen, beispielsweise hier diese Options Datei direkt auf dem iPhone bearbeiten, ohne dass ihr mit dem Rechner da rumfuchteln müsst. Das ist schon ganz cool. Und hier haben wir eben verschiedene Möglichkeiten. Also das ist jetzt eine XML-Struktur, die da drin ist. Das ist relativ simpel zu lesen. Also sollte auch für den Line erkennbar sein. Beispielsweise könnt ihr hier, schauen wir mal, die Standardsprache ändern bei Language Default. Wenn ihr hier jetzt was anderes drin habt, English, Spanish oder so, dann ist das die Standardsprache, um das da drauf zu legen. Aber viel interessanter ist es natürlich, wo jetzt hier letztendlich die jeweilige Stadt herkommt. Und hier ist es nicht drin. Also können wir nochmal im Ordner von dem jeweiligen Widget schauen. Da haben wir zum Beispiel eine Config JavaScript Datei. Das klingt doch sehr vielversprechend. Schauen wir mal rein. Und da haben wir auch schon eine Variable. Variable erkennt ihr an dem VAR vorne dran. Das sind meistens Dinge, die am Anfang von so einem Script stehen, die man dann anpassen kann. Und hier kann man zum Beispiel auf weather.yahoo.com gehen und dann eben seine eigene Stadt eingeben. Und in der URL oben werden dann ein paar Zahlen angegeben. Hier in dem Fall haben wir 684946. Das habe ich dann da eingetragen. Einfach über Bearbeiten und dann den jeweiligen Text markiert. Ihr solltet natürlich aufpassen, dass ihr nichts ersetzt, was ihr später noch braucht. Und auch das Semikolon am Ende respektieren. Dann passt das auch schon. Und dann habt ihr noch die Möglichkeit, den Update Intervall da einzustellen. Das macht natürlich Sinn, das Ganze so ungefähr auf eine Stunde einzustellen oder gar länger. Standardmäßig sind viele Widgets ein bisschen knapper konfiguriert. Das finde ich nicht so gut, weil das zieht natürlich am Akku, wenn er jedes Mal das Ganze abfragt. Vor allem, wenn ihr GPS aktiviert habt für den Ort. Anstatt den so fest zu definieren, wie das jetzt in der Konfigurationsdatei drin war, dann kann das richtig am Akku zehren. Hier haben wir noch einen kleinen interaktiven Kalender. Das ist dann eben wie im Dashboard von macOS 10. Da haben wir dann eben hier so ein kleines Kalender Widget, wo wir dann eben schauen können, wann jetzt hier welcher Tag ist. Die Funktionalität ist allerdings sehr eingeschränkt. Also wir haben hier nicht Widgets a la Android, wo wir dann mal eben ein Tweet verfassen können und das dann noch anderweitig sharen können, was wir hier offen haben, zum Beispiel im RSS-Feed und weiter damit arbeiten oder im Kalender Details sehen können wir damit nicht wirklich. Es ist im Moment eher noch so ein optisches Schmankerl. Man hat eine Menge Möglichkeiten mit diesem Framework, aber was ich bisher so in Cydia gefunden habe, sind hauptsächlich diese kosmetischen kleinen Dinger und kleine Gags. So, das war es dann auch schon mit der kleinen Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann zögert nicht. Schießt einfach los oder besucht uns in der Lounge auf lounge.weblogit.net. Da könnt ihr auch alle Fragen zu Cydia loswerden. Ansonsten besucht uns auch gerne im Blog auf weblogit.net und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, denn es geht bald weiter mit neuen Cydia Tweaks. Ich bedanke mich. Ciao. Bis zum nächsten Mal.